So, Leute, mit einer kurzen Unterbrechungssache. Ich bin aber gespannt, wo wir da hinkommen. Wollen wir eh schon. Wollen wir eh schon. Also nicht bei einem komplett neuen Bereich. Schade. So, explodiert er gleich alles. Hoppala, das kann nicht mehr passieren. Der hängt da gleich mal herum. Nice. Aber haben wir mal die Offen wieder am Start. Na schon, na schon. Also, wenn wir die Dropshows zu erhöhen, finde ich aber auch super. Die Dropshows zu erhöhen, finde ich schon geil. Explodiert keiner die. Allein schon, wenn ich jedes Mal immer nur was Blaues jetzt sehe. Alter! Nur dieses kleine Stück. Die gleiche Erweiterung ist das. Ach, der Scheiße. Äh, ja, machen wir mal. Was kannst denn? Ja. Ja, probieren wir es. Ja. Wird schon geil sein. Ich freue mich aber auch einfach, wenn wir dann nochmal komplett neue Gebiete mal erkunden. Ah, ja. Da komme ich eh schon woanders hin. Na dann, let's go. Aber alter. Blau, 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 blau. So ist es perfekt. Alter, so geil. Ja, jedenfalls. Die oe, der oe. Was soll ich mir sagen? Was soll mir das sagen? Stört halt. Ähm, ja. Ja, muss ich nicht dazu sagen. Ist gleich nach 10 Minuten eh wieder verschwunden, aber. Gleich mal eine richtige Schelle in die Fresse. Bitch, was machst du, du scheiß Hurel? Okay, ich schleich dich. Nein. Die, die wollten noch kurz nach was holen und dann ist sie wieder gegangen. Ich weiß ganz genau. Schaut sie zwar meine Videos an, aber sie weiß ganz genau, wie sehr, wie wichtig mir das ist. Da hat sie eh Angst, dass ich dann immer angepisst bin. Dann auf sie, wenn ich sie störe. Was ist, was ich vorkommen kann, ja? Wo ich extrem angepisst bin. Werdell. Übrigens, ich muss mir jetzt eine Minute länger cutten. Scheißschlappe, du. Nein. So ist es überhaupt nicht, aber. Irgendwas? Verkauf mir was? Ja, besser schon einmal die Dinger da. Ja, besser schon einmal die Dinger da. Besser schon. Aber das geht auch. Ja, besser schon. Ja, besser schon. Aber das geht auch. Weil dann haben wir gleich ein bisschen mehr Spaß. Uh, wir sind bald 39. Schau, schau, schau. Schon sexy. Schon sexy dann nochmal. Endlich nach einer halben Ewigkeit gefühlt. Dass wir dann mal weiterkommen. Mit einem Level. Ja, ist nicht schlecht. Ist... 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 Ist ganz nett. Ja. Ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Geht aber nur schnell mehr. Das muss ich schon dazu sagen. Uh, Brand ist geiler. Brand ist geiler. Ja, da muss ich aber trotzdem sagen. Warte, ich glaube da habe ich aber jetzt meine Waffe dahergegeben, glaube ich. Ja. Ich glaube, ja. Ja. Ein bisschen jetzt gerade enttäuschend. Aber... Ein bisschen... Ein bisschen was besseres muss auch sein. Einmal eine Veränderung. Weißt du jetzt? Dieses Mal immer die gleiche Waffe ist ja auch wursch. Ein bisschen eine Veränderung muss sein. Wohl, das ist eine der Top-Waffen, was ich je gehabt habe. Das... Das kann ich nicht verneinen. Und es tut schon ein bisschen weh. Aber... So viele Personen, was wir kriegen... Muss einmal was Neues daher. Ja, da können wir von der Weite da herumschießen. So geil. Wenn ich einmal nicht triff. Ganzes Magazin dies. Zack, 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 zack. Die ganze Zeit nur daneben geschossen. Yay. Ach klar. Was blaues. Oder wenn ich jemals doch mal lese Dropshows kann man erhöhen. Sofort. Aber sofort. Wird zwar wahrscheinlich trotzdem nur immer blau kommen. Aber... Es wird öfters, was violettes kommen. Und vielleicht dann da noch auch irgendwas anderes Heftiges. Irgendwann auch mal episch. Weil ich würde mich so freuen, wenn ich jedes Mal nur noch episch kriegen würde. Wie bist du Deppert? Ha! Immer nur episch, 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 episch. Ha! Das wäre saugeil. Nur noch episch zu erhalten. Boah. Das wäre heftig. Die Dropshows so stark zu erhöhen. Das ist ein Wahnsinn. Alter. Die Alter hat sich befiniert. Bis Deppert. Die ganze Bude fährt nach Heiselspray. Alter. Scheiß Schlampe. Oh mein Gott. Alter. Puh. Muss dann definitiv lüften. Boah. Das ist so hässlich der Geruch. Bis Deppert. Ich habe ja... Also falls ihr euch jetzt fragt. Ich habe ja gesagt, dass es nach Heiselspray geht. Das ist ja ein Befinite. Die ganze Bude fährt danach. Bis Deppert. Puh. Äh. Nichts. Die kommen da alle wieder vom Wasser raus. Bis Deppert. Da fahren wir eigentlich die ganze Zeit, was sie da unten getan haben. Da sind sie denn da unten getrieben. Alter. Wir sind ja nicht die ganze Zeit herum. Sonst wird es ein bisschen kompliziert hier. Aber da könnt ihr es ruhig auch runter. Besser runter. Weil wenn du da irgendwie was droppen lässt. Tut mir das immer weh. Das geile ist ja auch noch. Umso höhere Sachen wir da droppen lassen. Umso schneller können wir dann auch noch... Sachen. Dann noch verkaufen. Und dann noch besser. Meine Bitch. Dann sind wir auch. Umso mehr. Befrieden. Ich kann mir schon vorstellen. Das letzte dann 10 Millionen oder irgendwas. Puh. Die steigen ja sehr stark hoch. Das muss man schon sagen. Äh. Hi. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Unser Beute-Dink kann auch mal gut. Vorbeischauen mal wieder. Passt. Passt. Auf. 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 Wie lange habe ich da jetzt geschossen? Na, das habe ich jetzt nicht mehr aushalten können. Na bist du deppert. Schauen wir mal. Na, passt. Ah, da fühlen 59. Geht schnell, geht schnell hoch. Geht wirklich sehr schnell hoch. Ja. Einmal, zweimal. Ja. Und jetzt hier oben am Start. Einmal das. Einmal, ja. Wieder vom Häusler und nur ein Tausender. Pfui. Pfui. Pfui Tausender. Ah, wir waren da komplett noch nicht. Zeig mal her. Ah, aha. Da wären wir da gerade aus. So ist das. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Okay, war eh klar. Aber 38. Ich glaube, kann da besser sein. Ja, das taugt mir. Das taugt mir. Das ist. Das ist ein guter, Alter. Aber schon wie eine halbe Million. Wo haben wir denn den? Überhaupt. Der ist da drinnen, oder was? Ist der da drinnen? Das ist das? Da bin ich da drinnen, oder was? Das ist das. Das ist das. Ich habe ihn nicht die Sagt man an, dass es in Ah, wieso sehen wir das nicht? Ich bin der Fisch Das passiert, wenn wir uns richtler Tricks nicht empfiegen Das ist eine weitere Langzeitgedächtnis-Verlängerungskipp Sehr nützlich, denn unser Kurzzeitgedächtnis ist krankerschlecht Wer wissen wir nochmal? Oh hey, eine weitere Langzeitgedächtnis-Verlängerungskipp Das ist angenehm Ich kann definitiv mehr Schaden gebrauchen, das muss man schon dazu sagen. Das ist auf alle Fälle. Also mehr Schaden muss sein. Das ist definitiv ein bisschen zu wenig. Alter, fast einer 30. Jawoll, jawoll. Geil. Gumm, 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 gumm. Das ist gar nicht dicker noch. Wow. Wow. Ja, Alter, das ist wie ein Raketen, Alter. Spielen wir kein Silvestre oder was? Bist du narisch? Fuck. Probieren wir es? Ja, du musst ja ja rumtesten. Vielleicht findet man da irgendwann wieder... Alter. Oh, mein Gott. Bist du narisch? Holy moly. Holy moly. Aber... Kann schnell sein. Bist deppert, das kann nur sowas von schnell sein. Alter, wie viele Dinge haben wir jetzt schon gesammelt? Aber ich bin gespannt, wo wir da hinkommen. Das ist eine geile Waffe. So, man muss die nur beweisen bei 39er Gegner oder etc. Ob die trotzdem noch nicht nur so geil sein kann. Ach, ich verstehe. Sie benutzen meine Brausteiner als Dekoration. Was? Ich warte jetzt aber, bis wir das andere auch fertig haben. Ich habe diesen Planeten und all seine Lebensformen. Genau genommen, hasse ich alle Lebensformen, egal wo. Ah, wie nett. Wie nett. Ah, wie nett. Amal. Amal. Zwei mal. Ehh. Schau mal das gerade aus. Vielleicht doch noch etwas lang. Dass wir da haben. aber gleich drei von denen das ist ja das okay da kommen jetzt eine menge da kommen jetzt eine menge abstand wird nicht schlecht die schießen die bin jetzt auch schon mit dem schießen okay den könig den könig haben wir schon mal das ist gut das ist in dem fall wirklich schön positiv weil so ein scheiß wichser vielleicht will man die mission beendet haben dann sind wir vielleicht die schon die nächste nächsten wächter ran und das ist mir definitiv zerspruch jetzt machen wir sie einfach selber fertig wir haben ja sonst nichts besseres zu tun also aushalten mäßig konnte der schon was reißen ich gebe dir noch einmal ja gott sei dank alter also aushalten mäßig konnte der schon was reißen das ist der der den ordentlich gekriegt ist da ist kann man gar nicht vorstellen dass sie das wo bis aufgang viele schroth kriegen maße viele viele schroth es gibt hier ungelöste rätsel die eine erklärung bedürfen schon gut ich gebe es zu ich gestehe ich bin einfach nur hingerissen von der transformation das braunstein kalt sieht bei der rekristallisierung da hier eine einzigartige form der aufblätterung auftritt das ist alles naja es ist ein skandal für einen mann in meiner position dabei so starke gefühle zu empfinden ist das nicht offensichtlich nein naja ich bin auch gespannt oder irgendwann einmal wenn wir die heute da fertig haben mit die ganzen einzelteile die es da sehen ist von claptrap wie die dann so ist oder was wir auch kriegen dafür weil da muss ja was richtig heftiges dann da müssen wir aber da schon was richtig gut zu kriegen normalerweise weil da wird dann aber schon ein bissel was abverlangt bis man da mal ja so viel ja auch wieder nicht was da aber so ungefähr dass man das schon sagen könnte da kommt schon was episches mal aber was gutes episches weil das ist ja auf die welt ausgelegt ist das sehen ist okay man muss jetzt nicht den heftigsten Kampf machen wo es gibt aber dass man das überhaupt die mauer ist finden und so das ganze das dauert schon ein Weilchen ich muss doch noch ein extra sammeln da muss doch aber sonst vielleicht kriegt man das dann dann hier wenn wir dann das die mission zu ende gebracht haben aber wenn die mission da zu ende ist dann schau ich mir das so an was wir da dann wieder für ein upgrade machen können das ging sie noch aus perfekt da kommt eh schon der nächste perfekt ideal ideal bringt zwar nicht extra viel ein aber man merkt schon den unterschied er geht schon immer so schnell wie sonst Aha Da meins aber ordentlich Ah dann ordentlich ernst Der zu gewusst krebs Der hört schon mehr aus Allein schon bei der Waffe oder Alter Aber Doppelfeuer So geil Allein schon was wir da alles wieder einnehmen Immer blau 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 Geil Ich hoffe wir gehen eh den richtigen Weg Ja Also derweil Schauts doch gut aus Derweil schauts doch gut aus Derweil schauts noch gut aus Warte Ah ok Ich hätte das sein können Das wir da irgendwo Ok ich hätte aber natürlich auch schneller als er auch machen können Ich seh klar aber Brauchma Brauchma nicht Brauchma nicht Fini Nicht notwendig Ich freu mich schon wenn wir da was kurz auszuckeln Ich hab sowas mal aus meinem Patienten entfernt Ah wie ein Netz Cool Irgendwann verkauf ich was wichtiges Irgendwann wirklich Irgendwann hab ich da so das Gefühl 600 geil 600 ist schon geil Schon geiles Gefühl Puh Pass Teleportation Das schaut eigentlich so aus Wie könntet man da nicht einmal durch Weil normalerweise wenn es immer hohe ist Kommt man da nicht durch Interessant Ja vielleicht wartet man das Fahrzeug auch noch dort fuhren Das wäre auch nicht schlecht Wenn man gleich mit dem Fahrzeug Werder hier fahren können Ah Zeig ich was trinken Das war schon chillig Obwohl So weit war das Sticker jetzt auch wieder nicht Also nix Großartiges Ich frag mich nur Wenn man gleich hier die Mission beenden Würde ich gleich Tendieren Tendieren dass wir da eigentlich quasi gleich hier eine Mission weiterführen Wäre auch gar nicht mehr so verkehrt oder? Wäre eine gute Entscheidung Hoffentlich Hoffentlich Mit Gegnern Nice Nice Das heißt das Nice Das ist geil Das kann aber nur einen geben Dann könnte es sich vielleicht Ficke ausgehen Noch Noch Bösartiger 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 Lange der nicht mich verletzt Ist alles gut Alles Gern Die werden nicht so angriffen oder? Haben wir jetzt schon einen Affen der was für Scharfschützen Ja Wir haben einen Scharfschützen hier am Start Alter Einmal Ja Jetzt hab ich mir schon fast gedacht ob das trifft mich Ha Scheiß Wichser Äh Äh Beeil dich Beeil dich Beeil dich Oh fuck Oh fuck Mich wundert es dass das Leute mit exportiert ist Ganz ehrlich gesagt 60 Schuss Leg mich fetter am Arsch Alter 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 What The fuck Das WC ist komplett für den Arsch Aber Leg mich Ist Ist Nicht schlecht Ist definitiv Nicht schlecht Zwar Ja Das WC ist hier Das WC Wenn ich das ihr nächstes austauschen könnte Das wäre so fein Das ist so geil wenn ich es austauschen könnte Und Sesam öffne dich Und Ich hab's noch gesagt wie du bist da hin Aber Wahnsinn Schade 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 Willkommen zurück Kleiner Freund Ich glaub jetzt müssen wir sowieso mit dem ein bisschen Ja mit dem da herumlaufen Ja Müssen mit dem herumlaufen Hätte das sein können Das da So im Eck Ding das ist Dann Dann Wenn wir halt Zum nächsten Na Zum nächsten Verkäufer Hinkommen Dann Wenn wir mal schauen dass wir da mal für sowas kaufen können Mal wieder Weil Dafür sollten wir definitiv nicht geizig sein Sich Mutition zu kaufen Erst grad dann wenn wir vielleicht wirklich bei einem Boss mal ankommen Und Und Dann wird's da ein bisschen kompliziert Ist doch ein bisschen Arsch Allein schon wenn so ein wiederholter Gegner wird Wenn so ein Wiederholungsgegner wird Das ist Das ist komplett wie ein Arsch Aber brav wie der ja da auch mitmacht Mein Fleisch Die Was Perfekt Oh Was haben wir da Da sind nur noch sieben Schuss Das sieht man nicht Was hast du denn da Das kann nicht Nutz sein Jetzt nur sieben Oh Hi Hättest du nicht früher da herkommen können die endlich wenigstens angriffen Das ist ja voll chillig gewesen Er ist sowieso der einzige das verstehe ich ja nicht Ich muss doch vorstellen du hast 100% mehr Waffen Magazin Halleluja Halleluja Das wäre einer das Ich glaub das Ich glaub das Ich glaub ich gibt's dann Oh Oh Ist doch gar nicht so sicher Ich glaub das wird's sogar geben Ich glaub das wird's sogar geben Dann müssen wir schon wieder austauschen So Ähm Ähm Was hab ich Was hab ich Das ist keine Waffe Das ist keine Waffe Ja Schönen Da Ja 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 Me Hat Ja Oh Nein schnelles gewöhnt doppeldeutig moral das beste jetzt bin ich mal gespannt was er dazu zu sagen dass du meine hilflosen kleinen schätze wieder doch unten hast endlich jetzt kann ich meine forschungen fortsetzen von all den schmutzigen organismen gibt es weg zeit für veränderung bei beiden sachen geil 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 ja bitte mit nichts wirklich besseres ja definitiv einmal skill baum wir haben wir haben so vieles ja ja mal das dann das dann das dann das dann auch noch ja ich glaube das recht genau bis 50 hätte gesagt aber genau das interessiert mir mehr schusswaffen schauen na 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 das nehme ich mir so was von gern bis du teppert